Die heutige Herausforderung für die Collectors ist der Sprung über drei Freunde. Ich habe alle zwei im Test bekommen. Hi Jungs, lasst die Rucksäcke auf. Ich messe euch. Halt das mal, Danny. Fantastisch, genau so habe ich es mir gedacht. Das ist ein super Stunt. Das Auto springt über euch drüber. Cool. Unglaublich. Also das Fahrzeug startet hier und dann gibt es noch zwei Booster. Das Auto springt und landet in einem unserer vier Rucksäcke. Wisst ihr, wo wir es machen? Nein. Wir machen es im Park. Ja. Holen wir uns, was wir brauchen. Mach schon nix. Okay. Ich check da alles in die Rucksäcke. Das wird so cool. Leute, ich nehme die. Ich kann es nicht erwarten, bis es über mich fliegt. Genau. Packen wir es an, Jungs. Okay. Connectors. Zeitung verbinden. Los geht's. Ich lege mich hier hin und filme das mit meinem Smartphone. Fertig? Fertig. Los. Ja, wow. Wahnsinn. Drei, zwei, eins. Los. Los, Danny. Ja, wow. Ja. 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 Verpasst nicht die nächste Episode. Die Connectors bauen noch einen unglaublichen Track. He die Crew. Ja. 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 Dieности. Ja. Ja. Hier. Ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017